Hallo zusammen, willkommen auf meinem Kanal. Oh, der Otto. Der macht doch irgendeine Artigottentür. Du, komm mal schauen, was meinst du? Ich habe jetzt keine Zeit, um zu schauen. Wie lebt ich doch einfach? Ja ok, also dann halt. Aber schalte bitte den Fernseher ab. Ich muss jetzt einfach los. Bis dann. Jetzt erzähle ich euch kurz etwas, während ich mit der Gondel rauf fahre. Ich habe mir das gerade zum Anlass genommen, in ein Skigebiet zu gehen, um die Bewerbung zu machen. Ich bewerbe mich damit. Herzlich willkommen bei der Firstbahn Top of Adventure. Schön sie bei uns zu haben. Die Fahrzeit nach Fiest dauert 25 Minuten. Geniessen Sie die Fahrt. Welcome to the Firstbahn Top of Adventure. Great having you on board. The journey to first takes 25 minutes. Enjoy your journey. Mein Name ist Toni. Wie ihr schon erkennen könnt, bin ich aus der Schweiz. Warum will ich teilnehmen? Ganz einfach, ich halte mich hier auch kurz und knapp. So wie der Otto gesagt hat. Man macht, was einem Spass macht. Und wenn es einem nicht Spass macht, macht man es nicht. Und ich hätte so voll Bock drauf, hier beizuziehen. Wer meinen YouTube-Kanal anschaut, wird feststellen, was ich wenig im Winter gemacht habe. Obwohl ich in der Schweiz glaube. Wo wir viele Schneeberge haben am Mise. Ich habe Bock, die Beize. Wäre alles gehen. Die Kälte ist weniger mein Problem. Wird wahrscheinlich schon kalt sein, wenn es hier minus 20 Grad und noch mehr hat. Das ist wieder etwas anderes. Aber ich bin eher die Person, die nicht so schnell friert. Das ist das, was mich angetriebt. Bewegung, immer etwas Neues gesehen. Und jetzt zeige ich euch noch kurz etwas, was mich anzugehen. Das passt ideal mit meinen Vorstellungen überein, da ich mir ab diesem Jahr sowieso vorgenommen habe, auch Winterwandertauern mehr zu machen. Und dann wäre das auch ein schönes Erlebnis, das ich auch hier in der Schweiz nicht hätte können können. Also deswegen bewerbe ich mich für diese Challenge. Arctic Warrior. Vielen Dank, dass ihr bis dahin geschaut habt. Allen Teilnehmern viel Glück. Ich hoffe, ich bin dabei. Mir ist jetzt schon zu warm. Nur von diesem Schlitten hier hochziehen aus dem Pullover. Und das gibt es nicht mehr als wir. Mit unserem Teilnehmern mit Grünüz 재미, die lassenyuidätseln, noch ein paar Stunden die announcements so Protonfs. Mit' distinct finde ich geschaut hat, dass ich euch rayed М inkubieren. Begrüßt massivально mit denfteren künßen in der Kaufra conjughe, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, jawohl.